Servus zusammen, heute gibt es immer wieder mal einen Tanz zum Lernen oder zum Refreshen. Der Tanz heißt Messed Up in Memphis, hat 64 Cards, 4 Wände, eine Restart. Die Musik ist von Darryl Rawley, heißt genauso wie der Tanz Messed Up in Memphis. Der Tanz geht ab, mit links nach links, links, touch, 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 schön nach rechts, touch, 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 mit links. 7, 8, links, touch, 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 rechts, touch, touch, touch. Nehme ich dieser Brust auf dem rechten Fuß. Nochmal. 7, 8, links, touch, 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 rechts, touch, touch, touch. Also mit den, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächste Karte geht nach links weiter mit einem Sistel, Cross, hold. Side Drop, drücken nach links, step mit rechts, hold. 7, 8, Sistel, Cross, hold, drücken nach links, step mit rechts, hold. Mal. 7, 8, Sistel, Cross, hold, step, viertel, step, hold. Und dann. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, Ok, dann voll herciones vorne. 7, 8, links, touch, 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 rechts, touch, 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 touch,ды, 6, 7. Cross, hold, drückençus. Drehung, step, oh. Jetzt geht es weiter mit 2 halben Drehungen. Einmal rückwärts, nochmal halben Drehungen. Step mit links, hold. Step, touch, back, kick. So, gleich einmal. Der rechte Brüse vorne. Halbe Drehung, halbe Drehung. Step, hold. Step, touch, back, kick. Noch einmal. 7, 8. Halb, halb. Step, hold. Step, kick, touch, back, kick. Der rechte Brüse. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Dann alles zusammen von vorne. 7, 8. Links, touch, touch, touch. Rechts, touch, touch, touch. This side, cross, hold. Fuerste Drehung. Step, hold. Halb, halb. Step, hold. Step, touch, back, kick. Jetzt geht es weiter nach dem Kick. Den Fuß können wir jetzt verlassen. Dann machen wir gleich mit dem Rechten weiter. Mit einem Backlock, back, hold. Und dann mit einem Rocking Chair. Aber erst rückwärts mit links. Und dann vorwärts mit links. Das zeige ich euch einmal. Mach den Kick. Back, lock, back, hold. Back, rock, rock, step. Geh mit dem Fuß auf dem Rechten Fuß hin. Okay, gleich zusammen. Mach den Kick. 7, 8. Back, lock, back, hold. Back, rock, 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 step. An der Mitte. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Jetzt sind wir weiter in den Platz. Machen wir gleich von vorne. Sollen wir gleich raus. Nach links geht ab. 7, 8. Links, touch, touch, touch. Rechts, touch, touch, touch. Zwischen, cross, hold. Viertel, drehung, step, hold. Halb, halb, step, hold. Step, touch, touch, back, kick. Back, lock, back, hold. Back, rock, 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 step. Geh mit dem Fuß auf rechts hin. Okay. Nächsten 8. Gehen wir mit links weiter. Wieder mit einem Zwischen, cross, hold. Dann geht es mit rechts weiter. Seit, bereit. Viertel, drehung. Dann schauen wir nach vorne. Hold. Okay. 7, 8, 7, 7. Cross, hold. Seit, bereit. Viertel, hold. Rechte Fuß haben nach vorne. Bis unsere Uhr. Okay. Nochmal. Sitzel, cross, hold. Seit, bereit. Viertel, drehung. Mit dem rechten Buch nach vorne. Hold. 7, 8. Sitzel, cross, hold. Side, behind. Viertel, hold. Halt. 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 Jetzt stehen wir mit dem Fuß nach vorne und klicken unsere Leitur. Jetzt Step, Halt, Step. Haben wir noch die vier, dann machen wir weiter. Die nächsten vier Kampfs werden ein. Step, Halt, Step. Der linke Fuß ist vorne, hold. Der linke Fuß ist vorne, jetzt müssen wir eine ganze Drehung machen. Links herum rückwärts, halbe Drehung. Dann kommt ein Touch mit links. Halbe Drehung, Step und Kraft mit rechts. Okay? Mal. Sieben, Acht. Step, Halt, Step, Hold, Halt, Katsch, Kraft. Machen wir mal, das ist nicht einfach. Also die Mühlung benötigt. Okay? Sieben, Acht. Step, Halt, Step, Hold, Halt, Katsch, Kraft, Kraft. Also das ist praktisch eine ganze Drehung. Also hier stehen wir mit dem linken Fuß. Halbe Drehung rückwärts, Rechte mit hinten. Touch. Halbe Drehung links drauf und Kraft mit rechts. Einmal rückwärts, zählen. Sieben, Acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Acht. Gut. Dann komm ganz mal wieder her. Sieben, Acht. Links, Tatsch, Tatsch, Tatsch. Rechts, Tatsch, Tatsch, Tatsch. Zwischen, Cross, Hold. Viertel, Drehung, Step, Hold. Halt, Halt, Step, Hold. Step, Touch. Weg, Kick, Weg, Drop. Weg, Hold, Weg, Rock. Cross, Step, Zwischen, Cross, Hold. Side behind, Viertel, Hold. Step, Halt, Step, Hold. Halt, Touch, Drauf, Kraft. Okay. Okay. Die rechten acht Kauzen. Nach dem Kaff. Komm rein, Mambo Step. Sailor mit links, Viertel, Drehung. Hold. Okay. Sieben, Acht. Mambo Step. Sailor, Viertel. Noch einmal. Nach dem Kaff. Nach dem rechten Fuß. Mambo Step. Sieben, Acht. Mambo Step. Sailor Viertel. Links herum. Linke Fuß ist am Schluss vorne. Einmal mit Seven. Sieben, Acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht ist jeweils ein Gold. Machen wir nochmal. Okay, Mambo, Step, Hold, Sailor, Viertel, Hold. Sieben, Acht. Mambo, Step, Hold, Sailor, Viertel, Hold. Dann machen wir das noch ganz vorne. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Kampfs, dann machen wir das dann schon durch. Sieben, Acht. Links, Touch, Touch, Touch. Rechts, Touch, Touch, Touch. Wissen, Cross, Hold. Ön zur Drehung, Step, Hold. Halb, Halb, Step, Hold, Step, Touch, Back, Tick, Back, Lock, Back, Hold. Back, Rock, Rock, Step, Wissen, Cross, Hold. Leib die rein, Viertel, Hold. Step, Halb, Step, Hold. Halb, Touch, Draus, Kast, Mambo, Step, Sailor, Viertel. Okay, machen wir noch einmal. Sieben, Acht. Links, Touch, Touch, Touch. Rechts, Touch, Touch, Touch. Sieben, Cross, Hold, Viertel, Drehung, Step, Hold. Halb, Halb, Step, Hold. Step, Touch, Back, Tick, Back, Lock, Back, Hold. Cross, Back, Rock, Rock, Step, Siser, Cross, Hold. Side, Behand, Viertel, Hold. Step, Halb, Step, Hold. Halb, Touch, Draus, Kaff, Mambo, Step, Hold. Seize, Viertel, Hold. Okay, jetzt kommen wir zur letzten Acht. Das ist jetzt spiegelbildlich mit den Vorhergegenen. Und zwar mit dem Step, Halb, Step. Und dann drehen wir uns genau in die andere Richtung rum. Zeige ich euch einmal. Sieben, Acht, Step, Halb, Step, Hold. Vorher haben wir uns links rumgedreht. Jetzt müssen wir uns rechts rumgedrehen. Halt, Touch, Draus, Kaff, mit links. Okay. Seht ihr das? Der Kaffee, wie gut es wurde. Step, Halb, Step, Hold. Halt, Touch, Draus, Kaff, mit links. Sieben, Acht, Step, Halb, Step, Hold. Halt, Touch, Draus, Kaff, mit links. Okay, noch einmal. Sieben, Acht, Step, Halb, Step, Hold. Halt, Touch, Draus, Kaff. Und nach dem Kaff kommen wir gleich nach links. Touch, 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 touch. Geht so lange. Jetzt machen wir noch einmal. Sieben, Acht, Step, Halb, Step, Hold. Halt, Touch, Draus, Kaff, Halt. Einmal mit links. Sieben, Acht, Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf, Sechs, Sieben, Acht. Dann geht es einfach wieder. Okay, jetzt war es schon. Jetzt machen wir weiter mit den Tanzprogramm vorne. Sieben, Acht, links. Touch, 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 rechts. Rechts, 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 rechts. Dissert, Cross, Hold. Viertel, drehen, Step, Hold. Halt, Halb, Step, Hold. Step, Touch, Bank, Tick. Back, Lock, Back, Hold. Back, Rock, Rock, Step. Dissert, Cross, Hold. Drei, 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 Viertel, Hold. Step, Halb, Step, Hold. Halt, Touch, Draus, Kaff, Mando. Step, Hold. Sechs, Step, Hold. Step, Halb, Step, Hold. Halt, Touch, Draus, Kaff. Okay, das war es schon mit dem Tanz. Ich hoffe, der geht nicht durch. Jetzt haben wir noch eine kleine Stolperfeile drin. Und zwar in der vierten Wand haben wir nach 32 Counts einen Restart. Der ist nach dem Rocking Chair. Also nach dem Backrock, Rock, Step. Geht nach links an. Viertel Wand. Geht Richtung 3 Uhr los. Mal gleich einmal. Sieben, acht. Links. Touch, Touch, Touch. Rechts. Touch, Touch, Touch. Sitzert, Cross, Hold. Verstehen, Step, Hold. Halb, 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 Step, Hold. Roll, Step, Touch. Beck Tip. Beck, Sollck, việc. Beck, Brock. Brock, Set. Doysat, ruthless. Touch, Touch, Touch. Rechts. Touch當然 Orion andlagen in the Rubber pen. Okay, das ist der einzige Tügel in dem Tanzen. Ansonsten sei es sehr schön zu tanzen. und ich hoffe echt, dass euch das Video hilft, den zu lernen oder zu refreshen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Ciao, ciao.